Ich bin Dimitri und ich habe so Figuren bewegt und habe das Drehbuch gemacht. Ich bin der Flavia und ich habe Fotos gemacht. Nice. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, diese Geschichte in dieser Form zu machen, mit diesen Figuren? Also, ich habe das das erste Mal mit etwa 60 oder so gemacht und ich finde das einfach cool zu machen und dann ist mir ein Schulprojekt entstanden, das Thema Schweiz und dort habe ich die Idee gehabt, ich mache einen Film und dann musste ich noch die Geschichte herausfinden. Und dann hast du gedacht, die Geschichte von Wilhelm Tell kann man gut umsetzen oder wie hast du die Story von Tell gepickt? Es gibt ja viele Schweizer Storys. Ja, die gefällt mir einfach so. Geil. Was wären deine Vorstellung oder eure Vorstellung, wie würde ein Nationalheld, wie würde Wilhelm Tell, was würde er heute machen? Hm. Er lebt nicht mehr. Ich glaube es auch nicht. Das stimmt. Er ruht in Frieden. Und er lebt unsterblich weiter in den Büchern und Geschichten und in diesem Film zum Beispiel. Stellt euch vor, das war ja ein Blick zurück in die Vergangenheit. Und wir haben es ja jetzt einiges besser. Bei uns in der Schweiz musst du selten Leute in einem hohlen Gas mit einer Armbrust erschießen oder so. Aber was denkst du, was früher besser war zu dieser Zeit? Hat es etwas gegeben? Ich weiss nicht. Ich finde das eine schwierige Frage. Es hat sicher irgendetwas gegeben, aber mir fällt gerade nichts ein. Wer hat die Stimmen gemacht im Film? Die eine Stimme habe ich gemacht. Und mein Vater hat auch noch... Die Tiefe. Ja, und ich habe es dann auch noch vom Computer höher und tiefer gemacht. Wie war es, deine eigene Stimme zu hören? Weil den meisten Leute, als ich meine Stimme zum ersten Mal selber gehört habe, bin ich so zusammengezogen. Ah, so tue ich gar nicht. Ich fand es nicht so schlimm, weil ich es ja verstellt habe. Und das war eigentlich bei jeder Stimme so, dass ich es noch etwas verstellt kann. Wie viele Fotos musstest du machen? Sicher mehr. Ganz viele. Ich weiss nicht, wie viele ich gemacht habe. Wie lange habt ihr denn gehabt, bis ihr alle die Figuren umplatziert habt, die ganze Story zusammen gemacht habt? Ein paar hat es die Mütlerin gemacht und ein paar habe ich gemacht. Zeitlich? Wir hatten etwa sechs Stunden in der Schule. Und dann hatte ich vielleicht noch mal zwei, drei zu Hause. Was würdest du sagen? Ihr habt euch jetzt für die aufwendige Form der Animation entschieden. Glaubst du, ihr habt einen Vorteil gegenüber einem normalen Film mit quasi echten Menschen? Oder ist es Ihnen ein Nachteil? Äh, da habe ich keine Ahnung. Also, ja, weiß nicht. Und als letzte Frage vielleicht, wie hat es euch gefallen, euch eigenen Filme zu schauen? Also, zuerst habe ich es etwas komisch gefunden. Aber nachher, als ich gehört habe und gemerkt habe, dass es den Leuten gefällt, konnte ich mich entspannen. Ich höre gerade auch die Mütchen an. Exzellent. Lassen wir die beiden entspannen. Riesenapplaus für Wilhelm Thal! Tschüss! 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 Tschüss!